Alexej von Javlenski hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung des Expressionismus in Deutschland. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitete er im Umfeld der legendären Künstlervereinigung der Blaue Reiter. Besonders mit Vasily Kandinsky verband ihn eine enge Freundschaft. Die beiden Expressionisten teilten das Interesse für eine Malerei, die sich mehr und mehr von einer realistischen Darstellung entfernte. So abstrahierten sie ihre Bildgegenstände oft bis auf einfache Grundformen. Auch in diesem Stillleben aus dem Jahr 1918 ist Alexej von Javlenskis Annäherung an die Abstraktion deutlich erkennbar. Die Blumenblüten malte er mit wenigen Details, aber in kräftigen Farben auf großen Flächen. Darüber hinaus arbeitete er mit deutlichen Kontrasten. Vor dem tiefblauen Hintergrund verleiht er dem Blumenstrauß eine einzigartige Strahlkraft. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 980 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Das Original befindet sich in Privatbesitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.youtube.com